So, hier ist Christian Hemmschemaier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in der Nähe von München und Berlin. Ja, was solltest du nicht verpassen? Was geht gerade ab hier, außer dass wir wieder so einen fucking Lockdown kriegen? Glaube ich zumindest, sieht heute Morgen so aus. Aber gut, keine Ahnung. Ist ein anderes Thema. Also, wir haben die Liebeskummerwoche. Das geht ja auch alles weiter und Beziehungen laufen ja auch nicht unbedingt besser an diesen Zeiten. Und wir haben gedacht, mal wieder back to the roots. Machen wir mal wieder Videos zu Liebeskummer, weil das ist ja, wie die meisten Leute auf meinem Kanal kommen. Heute geht es los. Ihr könnt Fragen stellen. Ich glaube, Lisabelle hat das vor allen Dingen über Instagram. Die Liebeschips-Seite sammelt sich Fragen. Ich werde da jeden Tag eine beantworten. Und es gibt so einen 10-Euro-Gutschein für die beiden Liebeskummer-Kurse, die ich habe. Also für den Basic Modul 0, den ganz viele schon gemacht haben und auch den Liebeskummer Advanced. Also Modul 0 ist als Soforthilfe gedacht. So, wie komme ich jetzt weg davon und so weiter. Was kann ich da machen? Was für Tools gibt es? Und der Liebeskummer Advanced ist, ja, was für Wunden zeigen sich da in mir im Liebeskummer? Wie kann ich da tiefer einsteigen? Genau. Genau, kann man einfach eingeben, den Code in der Kaufabwicklung. Und dann sollten wir nicht vergessen, geht ja die Selbstliebe-Challenge los am Wochenende, glaube ich. Und zwar geht los die Advanced. Also da kann man aber auch einsteigen, ist halt so ein bisschen härter. Und deswegen sage ich das auch heute schon mal, es gibt auch, wir werden auch einen neuen Adventskalender machen. Da wird es auch den Classic geben, den der eine oder andere vielleicht schon hatte. Nur so ein bisschen Corona angepasst. Und es wird einen Adventskalender 2.0 geben, wobei das ist eher so ein Dezember-Kalender. Da geht es auch um Rauhnächte, Silvester und so weiter für diejenigen, die vielleicht den ersten schon hatten. Und dieser Adventskalender 2 und die Selbstliebe-Challenge Advanced, da haben wir auch so ein Paket geschnürt. Und ich versuche das mal hier drunter alles zu verlinken. Ansonsten findest du es auch ganz normal auf www.liebischof.de auf der Store-Seite. Ja, muss man dann, also Adventskalender, weiß nicht, ob wir den schon hinpacken. Aber wir werden das Kombi-Paket in die Selbstliebe-Challenge 2, werden wir da so ein Kombi-Paket mit dem Adventskalender machen. Und hier drunter findest du dann auch entsprechende Links. Ja, und was gibt es noch? Neues, ja, mit den Bootcamps. Es ist ein bisschen fragwürdig, ob die stattfinden können. Werden wir wahrscheinlich auch Nachmittag wissen. Aber wir überlegen, freue mich auch, bin das vielleicht noch interessiert, ob wir so ein eintägiges Online-Bootcamp machen. Über, was weiß ich, irgendeine entsprechende Technik, die dafür geeignet ist. Wo man dann online teilnehmen kann, aber auch Fragen stellen kann. Und ja, auch per Video, auch per Sicht per Video zuschalten kann und so weiter. Da würde mich mal interessieren. Werden das vielleicht noch interessiert. Diejenigen, die ein Bootcamp schon gebucht haben, ja, wir warten jetzt nochmal ab und wir schreiben euch da auf jeden Fall nochmal an. Und dann würde mich interessieren, gibt es Interessenten an so einem Online, also auch Online-Liebeschip-Abend. Also es wäre so eine, weiß ich nicht, Zwei-Stunden-Geschichte mit Fragen diskutieren, Online quatschen, ein bisschen Lesung. Also wäre sicherlich kleinere Gruppe und persönlicher als so ein YouTube-Live. Das würden wir auch mal überlegen, ob wir das mal anbieten. Ich freue mich auch nur über Feedback. Könnt ihr ja drunter schreiben oder an support.libysche.de einfach eine Mail schreiben. Einfach so als Feedback mal. Und genau, und wir nehmen jetzt die Tage, ich glaube jetzt die Tage wieder die Manifestations-Challenge raus. Also ist dann erstmal, die läuft dann erstmal. Also wer da noch einsteigen will, könnte man jetzt noch machen. Das verschiebt sich dann einfach nach hinten. Also man hat da nicht mehr Stress oder verpasst da irgendwas oder so. Ja. Genau. Also habe ich jetzt irgendwas vergessen? Hoffe nicht. Ja. Heute Nachmittag kommt dann das erste Video dazu. Willst du ganz bald wiedersehen?